Im April 2024 war Islamic Relief Deutschland in Syrien. Die Begegnungen mit Witwen und Waisen zeigen deutlich, wie schwer das Leben im Konfliktgebiet ist und wie tief die Traumata vor allem bei den Kindern sitzen. Die vierjährige Jana, ihre beiden Geschwister und Mutter bei Jan, überleben teilweise verletzt einen Raketeneinschlag, der ihr Dach zum Einsturz bringt und sie unter den Krümmern begräbt. Für ihren Vater kommt jede Hilfe zu spät. Wie belastend der frühe Verlust des Vaters für die Familie ist, zeigen die Erzählungen der heute neunjährigen Jana. ... ... Nein, nein. Wir haben schon vorher, dass wir uns auf den Barschland arbeiten. Wir arbeiten mit einem Schraub und einem Schraub. Wir haben schon vorher, dass wir uns auf den Barschland haben. Wir haben das, was wir uns auf den Anquad zu machen. Wir haben uns auf den Anquad gesessen. Wir haben uns auf den Anquad gesessen. Seit Raisha ihren Mann mit 35 Jahren an Krebs verloren hat, sorgt sie allein für ihre fünf Kinder. Unterstützung bekommt sie von ihrem Bruder, der sie aufgenommen hat, doch seine Einkünfte reichen nicht einmal für seine eigene Familie. Tochter Fatima konnte die Schule wegen der hohen Arztkosten des Vaters nicht mehr besuchen. Doch nun hat die Familie einen Grund zur Freude. Denn die Spenden haben dafür gesorgt, dass sie bald wieder am Unterricht teilnehmen kann. Weißten auch nach Gaziantep in der Türkei und besuchten das Salam-Center. Dort trafen wir die Direktorin Manor und die Geschwister Fadi, Mohamed und Scham, die schon seit Jahren ohne Eltern leben. Allein gelassen und verwahrlost hausten sie in einer winzigen Kammer ohne regelmäßiges Essen. Aber sie hatten Glück. Sie kamen zunächst im Salam-Center unter und dank der Unterstützung von Islami Quniv konnte Direktorin Manor die drei Geschwister nun dauerhaft in ihre Familie aufnehmen und ihnen ein stabiles Zuhause bieten. Sie träumen davon, Friseure oder Polizisten zu werden, spielen gerne Fußball oder zeichnen mit Leidenschaft. Sie lieben die Mathematik, gehen gern zur Schule oder gehören sogar zu den Klassenbesten. Trotz aller Herausforderungen haben sie ihren Lebensmut nie verloren. Unterstütze Waisenkinder auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft. Mach mit bei Speisen für Waisen und bestelle jetzt dein Aktionspaket. und verbate einestepsource steunere Zukunft. Mach mit bei der Welt Gottes think Bambodon questions